Also ich bin Beate Coop, bin 49 Jahre alt und komme von der schönen Insel Rügen, habe zwei erwachsene Kinder und schon zwei süße Enkelchen. Ich bin Baruka-Frau, aber irgendwie, ja, mich zieht es zu Kindern und deshalb habe ich diese Ausbildung angefangen, weil ich einfach denke, das ist meine Passion. Nur durchs Internet. Also ich habe recherchiert, ich habe nach Coaching-Ausbildungen gesucht, eigentlich für Erwachsenen-Coach und bin dann aufs IPE gekommen und habe mir das durchgelesen und innerlich hat es mit einmal gemacht. Das ist es. Die Methoden, die sind bombastisch, die sind so genial wie einfach und man hat sofort ein Ergebnis. Also das ist Wahnsinn. Es ist ein Zusammenhalt in der Gruppe da. Ich kann jetzt auch sagen, man ist schnell in die Gruppe reingekommen oder ich bin schnell in die Gruppe reingekommen und ich fühle mich wohl hier genauso wie in Berlin. Das ist ganz toll. Ich sage nur, Granate, der Mann ist echt der Hammer. Mehr fällt mir dazu gar nicht ein, weil der nimmt einen von der ersten bis zur letzten Minute nicht nur für den Tag mit, sondern über die ganze Woche, über das ganze Seminar. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ja, ich denke, sie wird extrem gebraucht und sie wird auch künftig extrem gebraucht, weil ich der Meinung bin, es gibt so viele Erwachsene, die mit Problemen kämpfen, die in der Kindheit vielleicht schon hätten behoben werden können, auf einfache spiegelische Art. Und jetzt hat man die Möglichkeit, bereits bei den Kids dafür zu sorgen, dass die gar nicht in diese Problematiken kommen. Und ich finde einfach, das ist eine gute und eine sehr wichtige Sache. Untertitelung des ZDF, 2020